Ja, da sind wir wieder. Tut mir leid wegen der letzten Folge. Wo bist du? An der Etage höher? Ich komm jetzt grad hoch. Junge. Junge, der Server ist schon wieder am Abkratzen. Liegt ne Jacke? Jawoll, die kann ich mir erstmal nehmen. Okay, also wir sind immer noch auf dem gleichen Server, nur die Verbindung vom lieben Dave ist abgebrochen. Kaum hat er die Tür aufgemacht, geht sie natürlich wieder. Reinste Physik hier. Ja. Liegt da oben was? Das ist eine Spring Hunter Pants für dich. Ja. Was zu essen, ja. Das Essen kannst du dir nehmen, ich hab noch ein bisschen. Und noch ein Basie. Hm, jawoll. Also die beiden Sachen, die hier liegen, kannst du dir nehmen. Ich steck nicht so lange, dass keiner hochkommt. Jawoll, Alter, bin ich wieder gut ausgerüstet. Jaja, ich auch. Wollte nur vielleicht noch ein bisschen zu trinken, aber ansonsten... Ich auch. Okay. Jetzt rennen wir aber echt zur Feierabendwache. Jo. Oh, scheiß, ich hab Teile mal vergessen zu stellen. Warte. Ach, Kind. Moment, wie oft hab ich jetzt geschossen? Zweimal, ne? Einmal auf den Zombie. Und auf den Typen mit der Mosin. Geh runter. Ich bin dabei. Ne? Zweimal waren das doch bis jetzt. Ja, glaub schon. Dann hab ich noch drei Schüsse im Magazin. Okay, wir machen das so. Wir gehen hier hin. Renn mit mir jetzt rüber. Hier rechts an der Kirsche. Rechts zur Kirsche. Nein, das ist so ein Nervenkitzel. Da durch die Lücke. Komm. Womöglich ist er schon längst weg, aber trotzdem. Hier ist der Brunnen. Hier ist der Brunnen. Trink du als erstes. Ich steck dich. Deck alle Fenster. Ich seh nirgendwo. Ich seh keinen. Beeil dich, ne? Bin dabei. Zack, 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 zack. Komm. Ja, hydrated. Okay, du bist. Okay, deck. Warte, womit war das F? Und hier wurde ich letztes Mal abgeknallt. Also angeschossen. Beim Brunnen. So, ich bin auch hydrated. Okay, komm. Wohl vorsichtig. Ich deck die linke Seite, du die rechte Seite. Okay? Auf drei. Eins, zwei, drei. Links ist niemand. Okay, stürmen wir durch zum... Warte, ich steck die rechte Seite jetzt, du die linke. Es ist zu spät, ich bin schon losgelaufen. Links ist ein Zombie. Oder nee, da ist niemand. Okay, komm jetzt rein. Das Tor hier ist offen. Okay, warte, ich seh oben bei dem Fenster, seh ich niemanden. Okay, hier ist auch niemand. Hier ist eine Firefighter-Axt. Ein Hammer. Ich geh hoch. Mach. Nichts zu sehen. Steck dich. Hier ist ein Pilotenhelm. Soll ich mir den aufziehen oder meinst du, der Motorradhelm tut's mehr? Guck nach. Was von beiden ist, äh, für das Team? Ich hab mir jetzt, glaub ich, ich hab mir jetzt den Pilotenhelm auf. Was liegt denn hier? Ein Snaploader für die Pumpgun. Nice. Nice. Wow. 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 Ich komm runter. Ich bin grad eine Etage runtergeglitscht. Gott sei Dank nichts Schlimmes. Badly Damaged und der ist Badly Damaged und der ist Badly Damaged. Beide sind Badly Damaged. Ich lass, ich zieh mir den Helm auf. Irgendwie mag ich den mehr. Jo. Oh, nice. Alter, scheiß. Ich hab gar keine Screenshots gemacht. Egal, machst du später. Wir müssen jetzt erstmal hier aus der Stadt raus. Das ist viel zu gefährlich. Okay, wir rennen jetzt geradewegs ins Grüne dann jetzt. Hier raus, aus dem Tor. Aus dem Tor raus. Und dann geradewegs rechts um die Feuerwache herum ins Grüne. Lass mal noch ins Hotel rein. Nein. Das ist viel zu riskant, aber noch gut. Richtig riskant hier. Kann sein, dass der Typ schon weg ist. Kann aber auch sein, dass er immer noch da ist. Machete. Jo. Was liegt da auf dem Tisch? Weapon Clinic, Kate. Ok. Hier liegt noch was zu essen. Nimmst du. Nimm du es dir. Mach ich. Was ist das? Ne Grey Cargo Pants. Bist du immer noch im Hotel? Ja, unten. Oh, ich gehe gerade die Etagen durch. Nein, kann man auch nicht aufmachen. Kann man auch nicht aufmachen. Okay. Aber warte, das hier kann ich aufmachen, die Tür. Ja, noch was zu essen. Nein. Hey, hier liegt ja noch ein Snapploader für... Für deine Sniper-Schüsse liegt hier ein Snapploader. Sauber. Gut. Aber den brauche ich eigentlich nicht. Okay, ich komme jetzt wieder runter. Nicht erschrecken. Ja, warte. Da sind ja zwei... Hast du Handschuhe? Da sind aber zwei Schüsse drin. Okay, dann nimm die mir mit. Hast du Handschuhe? Nein. Ich bring dir welche mit. Komm runter jetzt. Mach ich. Ich stehe unten direkt bei den Treppen, also nicht erschrecken. Jo, erschreck du dich nicht. Ich komme jetzt direkt bei den Treppen runter. Okay, ich lege dir hier deine Munition hin. Jo. Pass auf, da liegt der Snapploader auch noch daneben. Also nicht der Snapploader, nee. Nee, nee. Ich gehe mal auf Inventar. Okay, dann schmeiß ich dir mal die Handschuhe raus. Die müssten da auch gleich ankommen. Da. Da ist meine Munition. Nein. So. Schick. Und das in deinem Handschuhe. Ja, komm raus. Jo. Oh, oh. Puh. Okay, jetzt links. Links. Rechts. Also hier, folg mir, folg mir. Hier jetzt rechts um die Feuerwache. Ins Grüne. So ein klein wenig hier rein. Ungefähr so. Und jetzt laufen wir so ungefähr auf diese Reichweite neben der Straße her. Okay, ich guck ab und zu mal oben. Jo, ich guck die ganze Zeit auch währenddessen auf die Straße. Lass mal da oben noch kurz in die Häuser reingehen. Weil der Schuss kam irgendwo aus der Richtung. Ich würde da nicht reingehen. Da ist eh nichts drin. Riskiere es nicht. Müssen wir mal aufpassen. Wir sind eher schwarz gekleidet und auf dem Rasen ist das nicht so gut. Aber wenn jemand die Straße entlang läuft, sehen wir den als erstes. Das ist das Gute hier dran. Komm, rechne, wenn der von hinten kommt nicht. Ja, von hinten kommt nicht, nein. Wir können, wenn wir überhaupt noch mal in die Fabrik und in die Häuser hier gehen. Die sind vielversprechend als die anderen. Warte. Nee, okay, das ist niemand. Wir sind in Elektro, ne? Ja, noch. Gut, dann lass jetzt noch Schärm durchlaufen. Stell dich mal mit... Komm, ein Screenshot muss sein, komm mal her. Stell dich mal mit deiner Karte. Knarre dahin, so. Okay, warte. Okay, weiter, komm. Junge, wie wert ist das Bionett bei deiner Waffe aussieht? Ja, ne? Warte. So. In die Häuser hier würde ich eigentlich noch ganz gerne gehen. Ja, ich strahle auch nicht so offen auf der Straße. Ja, hier in die Häuser auf der linken Seite, da habe ich damals die Pumpgang gefunden. Okay. Komm. Wo ist es? Hier, jetzt hier links in die Straße rein. Hä? Leg es in die Straße rein. Ja, ich bin um das Haus da herumgelaufen. Ich laufe jetzt links ins Haus. Ach. Ich sichere die Straßen. Niemand. 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 Okay, zieh durch. Oder? Ne. Niemand. Ist auf jeden Fall noch Loot drin. Jo. Ich komme jetzt auch rein. Jo. Dann können wir die Sache schnell... Ja, ein Screwdriver. Und was zu trinken. Ja, hier ist auch noch was zu trinken. Das brauche ich auch. Das meinte ich eigentlich, aber egal. Oh, okay. Deck mich gleich mal, ich muss was essen. Deck mich, Nanna. Ja, mach. Ich bin dabei. Ich mach mir eben auch mal mit den Screwdriver eine Dose auf. Ich esse auch eben was. Deck mich jetzt auch. Jo, aber ich muss auch noch was essen. Wie das aussieht. Wir stehen uns so gegenüber und essen erstmal ein bisschen. So, ich bin nicht mehr hungrig. Steck dich. Was liegt da? Kugelschraube. So, noch die Schmergetti. Zack, zack. Und aufgegessen. So, okay. Okay, komm. Andere Richtung. Andere Richtung. In die nächsten Häuser rein. Jo. Geh, du hoch. Ich decke unten die Tür. Ok. Hm. Nee, nee, hier ist nichts. Ich komm jetzt runter. Hier liegt doch noch was. No Cargo Pants. Okay, geh raus. Geh raus. Jetzt links. In das nächste Haus. Zombie. Wo? Von hinten irgendwo. Da. Mach du ihn fertig. Springt der mich voll an. Bissar. Ey. Bitte. Scheiße, ich stehe hier. Auch mal wieder ein Zombie, so nach langer Zeit. Ich geh in das Haus. Leck du die Tür. Mach ich, mach ich. Medikit. Geleg Medikit. Du hast doch schon eins. Lass mir das dann. Ich hab keins. Ich hab mir da auch so die Bandage geholfen. Junge, geh doch weg. Geh du weg. Okay, warte. Dann nehme ich mir da auch die Bandagen raus. Baisy. Pustin. Dummy. Ach ja, ich hab auch noch Bandagen. One Bandagen. Ich nehme mir nur die Pustin. Ich hab noch Puts. Okay, ich decke die Treppen. Marat. Hier oben ist auch niemand. Ich geh wieder runter. Haben wir noch ne Säge? Warte. Ja, das ist mein Buch. Okay, warte. Ich seh von hier oben aus. Möge mal die Straße an. Okay, kann da niemanden erkennen. Ich komm jetzt auch wieder runter. Oh nein. Was? Ich befürchte, dass ich gleich die Verbindung wieder abkratzt. Die Tür geht nicht auf. Doch jetzt. Ja, das hab ich aber auch schon. Ich lauf gerade aus. Ich decke dich. Da liegt was. Ich geh in das Krankenhaus. Lass mal jetzt gleich in das Krankenhaus da rein. Ist da ein Krankenhaus? Klar. Gibt's hier zwei Krankenhäuser in Elektro? Munition. Munition. Für? Ich glaube. Ja, für mich. Nice. 20 Schuss Biatch. Warte, ich komm zu dir rein. Ich hab mega viel für die Scheiße. Ich auch. Und ein Helm, der pristine ist. Aber den lasse ich... Einmal im Pilotenhelm. Ich will den Motorradhelm... ...verhalten. Wo bist denn du? Ich bin da reingelaufen, wo du reingelaufen bist. Nein. Doch, ich bin da zufällig gerade drin. Ich geh jetzt auf die Straße. Ja, komm doch mal zurück. Ich bin doch dabei. Wo bist denn du? Du stehst nicht auf der Straße. Ja, jetzt bin ich wieder reingelangen. Ich komm jetzt nochmal auf die Straße. Ah, da bist du. Siehst du eine Tür weit... Da hinten ist das Krankenhaus. Folg mir. Warte. Da rechts vorne. Oh. Akenschlagen, ne? Nicht so schnell. Warte doch mal auf mich. Ja, Junge, nicht in den Häusern. Ja, Junge, du musst hier auch mal gucken. Hier liegen noch voll viele Sachen rum. Ich weiß, aber erst mal das Krankenhaus. Hier liegt zum Beispiel... Ach, Munition. Okay, die Folge ist zu Ende. Komm hier rein. Munition für mich? Keine Ahnung, komm hier rein. Ich bin jetzt schon im Krankenhaus. Ja, ganz toll. Bis zur nächsten Folge. Tschau.